Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute als Killer unterwegs und gucken mal, ob wir ein paar Survivor an die Haken bekommen. Da oben warf niemand. Ja, Ruin ist weg. Nice. Was? Zwei Paletten nacheinander? Was ist das denn? Wow. Palettenception hier. Die ist woanders hingegangen. Ich höre sie. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Überall Paletten. Überall Paletten. Ich hatte extra geschaut, dass ich am besten fast keine Taschenlampen in der Lobby habe, was natürlich nichts heißen muss. Ich glaube nicht, dass die Clodet weit ist. Elodie ist immer noch hier. Jetzt abhängen, dann ist der Haken frei für Elodie, bitte. Sehr gut. Das ist Mitarbeit. Leg sie doch ab. Okay. Also ich muss sagen, das Spiel mit der R-Taste ist das Spiel aktuell ein bisschen am struggeln. Ich warte aber einfach kurz, bis der Haken wieder da ist. Aber sie kriegt weg. Das werde ich nicht mehr schaffen zum Haken. Dafür konnte sie zu lange wiegeln. Und durch das Runterschmeißen hat sie auch noch einen Fortschritt bekommen. Warum zieht sie die Palette? Ich war gestunnt. Gut. Dann nehmen wir die auf. Machen wir noch ein paar Punkte hier. Doch. Joa. Jetzt? Hier oben sind sie ja auch nicht dran. Ja, klar. Ich mach die Schule nicht. Nee. Ist schon jemand weggelaufen? Ich hab doch grad schon umgedreht. Und hier ist zu. Jawoll. Dieses Gefühl, wenn man fünf Meter von der Palette entfernt steht, wenn man trotzdem gestunnt wird. Okay, sie trollen jetzt hier rum. Ich hab die Palette hier. Ich hab die Palette hier. Okay. Ah! Die rennen hier alle rum. Ist zwar eine Glödi, aber ein Strich in der Landschaft bist du noch nicht. Eigentlich müssten sie den Jen dort hinten jetzt ja mal ankriegen. Die sind nicht so gut, aber es ist nicht so gut. Ah! Also wenn, dann müssen sie schon die richtigen Haken kaputt machen. Die eine Claudette ist halt ins Haus gegangen, steht in der Palette. Die eine Claudette ist halt ins Haus gegangen, steht in der Palette. Die eine Claudette ist halt ins Haus gegangen, steht in der Palette. Das ist halt ins Haus gegangen, steht in der Palette. Das ist halt ins Haus gegangen. Das ist schon auch böse. Das wackelt schon doller, es ist schwerer die Kontrolle zu behalten über... Na, das ist halt blöd jetzt. Das war anstrengend, Leute. Ich habe auch nichts gesagt die ganze Runde, weil ich aufheben wollte. Weil das war kacke. Aber ich habe zwei Kills bekommen. Das fing halt richtig doof an. Richtig doof. Weg. Ich hasse immer dieses Feld da vom Archiv an der Seite. Das ist okay. Punktetechnisch ist gar nicht so schlecht. Von daher... Danke fürs Zuschauen. Ich habe leider keine Zeit mehr, noch mehr Runden aufzunehmen. Ich hätte euch gerne eine schönere Runde gezeigt. Aber... Ich war ein bisschen campy. Ich war ein bisschen böse. Es ist okay. Ähm... Heute ist ein Kacktag. Von daher... Alles okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge DVD. Ähm... Oder was anderem. Ich weiß es nicht, was ihr sonst noch so guckt. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye.